Schlimmer kann es ja nicht werden. Ich bin Schemmelkool zurück bei Chavo Guerrero. Und mein Titus kurz davor zu verschwinden. Wunderbar, simuliere ich das jetzt hier durch? Ich simuliere mal was zur Hilfe. Ah Moment, stopp, 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 stopp. Ich habe danach, ich bekomme, ich habe auch ein Idiot. Ähm, okay, kommen wir mal. Ja, Nummer 1. Ja, klar, das ist ja klar. Ähm, Maria. Das höre ich aber gerne. Perfekt, direkt Ersatz gefunden. Wunderbar. Was ist los? Hey, hast du einfach einen Telefon von Maria bekommen? Ist da was passiert? Darf ich mich sogar sogar beschäftigen, dich heute Abend? Vielleicht sollten wir es einfach quits. Aber wenn du mich sonst nicht mehr überzeugen willst, gewinnen heute Abend. Die sollte, die Nachricht sollte wohl vor dem Match kommen? Mhm. Chavo, wer zuletzt... Boah, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. 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 Ich lasse mir von Chavo bestimmt keinen Titel mehr. Äh, Chavo hat mich noch überzeugt, ja. Habe ich jetzt echt noch ein Match für die Bash? Boah, seid ihr Schweine. Let's go Mache ich dann eben kurz ein paar Sekunden fertig Ein Tag vor der Bash Wir lassen mich echt noch gegen ihn antreten Hä? Schwachsinn Skip Spitznamen Deadman Boah, da hat es voll viel Stücken Es gab eine Chokeslam, Tombstone, Last Ride 15-0 Wo war es vorbei? Ich glaube 21-0 und dann war 21-1 Das war übel, aber irgendwann muss das mal enden Leider Oh, ciao Ist die jetzt weg bei ihm? Nö, ist sie nicht Oder? Oh Gott, das Kommentatoren Die Kommentatoren-Informationen wollte ich eigentlich nicht wissen Es gibt Kann mich mal Zieh ich jetzt schnell durch bis der Bash? Was mach ich? Skip Müsst Ich könnte ja aufhören Mr. Kennedy einzublenden Kennedy Kennedy Ist das unfair? Müsst Okay, reicht jetzt So Abmarsch Natürlich kontert der wieder Ich muss aufhören Mein Moveset ist viel zu kopf fixiert Das ist eigentlich dumm Trifft das überhaupt nicht? Oh, wunderbar So, was war der Move? Standing Moonsort Das war der Move Genau, den würde ich haben Gut, der ist ja gar nicht mehr da Ciao, war mal Ist keine Energie mehr nach letzter Nacht? Oh, ey, hallo Oh, low blow So, was Ja, low kick Speed, speed, speed Speed Jetzt bin ich verarscht Und dann von oben Von dann oben Die trifft mich, oder? Doch Der hält ja gar nichts aus Das war ein low blow Frechdachs Oh mein Gott Neck mit dir Oh, oh Und wieder auf den Kopf Kopfgelb, Körpergelb Bitte Hey, ähm, weiß ich nicht Robbeck Oh, und mich? Nein, ähm Zu viele Pins im Buch Zu viele Pins Nervig Steining Moonsort Gefolgt von Skull Genau, steh mal auf Ich will ein Spier machen So, jetzt, 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 jetzt Jetzt, 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 jetzt Das wird mich verarschen Also Ich würde um ein Spier durchführen Och Frechal Was ist das jetzt? Jetzt ist mein Fingescheide weg Ich werde ihn einfach In das Swantabon verpassen sollen Dann wäre es durch gewesen Bin ich so viel Stärken gewonnen Und so viel Schaden machen Bei mir Stimmt gut Oh, oh Jetzt kommen wir die Brust aus So, jetzt von oben noch ein Move Und dann kommt der Spier Treffer und Spier Ich hasse den Move Dass man hier die richtige Ecke finden Was ist so dumm Jetzt, 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 jetzt Jawohl Das dürfte es gewesen sein Ja, das war es Ich habe das rot Nächster Sieg in Charro Aber das ist sicher nicht Für persönliche Erfahrung Die Bash wird easy Tja Das wird nur einfache Titelverteidigung Ach ja Oh, was kommt? Oh, zwei, nein Oh Okay Das ist mir irgendwie hier Zorusses hin und her Gehört die jetzt doch wieder zu mir? Ich bin verirrt Weiter so schon, ja Aha Was ist das hier? Michelle Versöhnung Okay Okay Bis fair Was soll's Speichern So Nein Überschreiten Nein, ich würde jetzt Ich fünfmal drücken muss Um zu speichern Das ist eine Frechheit Wir haben es bald geschafft Bald kommen 2000 mal So The Bash Ach, sie ist sogar verhindert Gegen Ashton World Hill World Championship Ashton Jupp, 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 jupp Das wird eine schnelle Sache Eine sehr schnelle Sache Der Doctor of Thorganomics Das ist so dumm Ich habe ihn Friday Night Smackdown Friday Night Smackdown Doch heißt doch so Friday Night Smackdown, ne? Besiegt Und jetzt darf er wieder Und irgendwie antreten Das ist dumm Ja, gegen Chavo Schau hat das gekämpft Oh, ich berufde ich eigentlich nie Na, ich habe schon gesagt So ein geiles Lied So Oh, Kelly Kelly Die als Managerin Uh Da würde ich alles gewinnen Throw it on me Das, äh Das werde ich mir gleich mal ankommen Ob, wie er wirklich drin ist Keinem Glauben So So, komm, schnelles Match Und hier bin ich wieder Voll auskoreert Und hier bin ich wieder Voll auskoreert So, komm, lass mich jetzt Stopp, 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 stopp Die Q ist aus Das wird ein schnelles Ding Und hopp Nee, nix hier Weg mit dir Oh Ich liebe den Vorschlaghammer Oh Und schon werber Körper Ist gleich schon vorbei So, steh mal auf Oh, er wärt sich noch Oh, geil Lass noch ein bisschen Leben in dir Was wird denn das? Hier, hier, hier Spiel Spiel Dürftet noch nicht reichen, glaube ich Bam Geile Sound So, ach, warte, Moment mal Das war's schon Was ein dummes Match Was ein dummes Match Ja War ja super von Dürmer Gut gemacht Uh, ciao Bravo Und die nächste Die Beteiligung Heftigste, Kim Komm Ich glaube, wir müssen Stellen nochmal Dann kommt noch her Ach ja. Das war doch gut. Wie viele Legendenfortschritte habe ich jetzt? Das ist jetzt die goldene Frage. Immer noch 5% kann ich mir das vorstellen. Hurra.